Jo Leute! Was geht ab? E-Wolf am Start! Und der Kranie ist natürlich auch wieder mit dabei! Und wir haben einen Special Guest! Hansi! Sag mal was Hansi! Hansi sag mal was! Ja der ist ein bisschen schüchtern! Egal Hansi ist mal ein Wellensittich! Was los? Ich bin auf dem Server! Okay ich bin da wo ich mich letzte Folge eingebaut hab! Okay ich bin auch da wo ich mich eingebaut hab! Und es ist Tag! Das ist doch schon mal richtig geil! Ist es? Ist es? Ja ich bin draußen! Okay laufen wir jetzt dem Kompass nach oder? Wir laufen dem Kompass nach hätte ich auch gesagt! Ich bin jetzt wieder am Eisbiom ne? Ich weiß nicht! Komm mal ich bin bei dem Fluss! Du bist bei... Wow! Wow! Ich baue mich da raus und vor meinen scheiß Augen! Es ist ein Skelett Digga! Ich hab mich so erschreckt! Oh mein Gott! Ich dachte grad du bist in Lava gefallen oder so! Junge du weißt nicht! Also laufen wir dahin wo der Kompass ist! Ich geh mal hier auf einen Berg hoch! Ja da müssen wir uns relativ bald finden! Warte siehst du irgendwo das Eisbiom? Ja ich stehe drin aber ich muss glaube ich ein bisschen nach links laufen! Dann komme ich wahrscheinlich zu dir! Alter letzte Folge war das ja so ein Horror! Aber jetzt ist eigentlich alles easy wieder oder? Ja auf jeden Fall! Es sind auf jeden Fall in der Zwischenzeit sehr viele gestorben! Ich weiß nicht inwiefern wir das ansprechen dürfen! Bis dahin sieht man eh schon alles! Also Stegi ist ja raus und Simon ist raus! Und Dena und Bergmann! Das ist schon krass liebe Leute! Wo bist du jetzt? Ja immer noch im Eisbiom! Okay komm wir laufen jetzt einfach nach dem Kompass okay? Warte ich seh dich! Ich seh dich! Guck mal rechts! Guck rechts! Hey jetzt rechts! Da! Oh mein Gott da bist du! Pass auf! Ja du sieh! Der sagt du sollst schneller machen! Ich mach schneller! Mach doch jetzt! Was passiert wenn man das Packers abbaut? Äh dann wird Wasser oder? Ne keine Ahnung! Hör auf! Mach ich mal runter John! Nein 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 nein! Riskiere es nicht! Ich spring hier runter! Alter hör doch auf! YOLO! Wir müssen mal den Ofen aufstellen und Zeug brennen! Ja komm wir laufen jetzt erstmal! Äh raus aus dem scheiß Biom hier! Wir haben gefunden dass wir jetzt... Hast du noch irgendwas gebratenes zu essen? Komm mit! Ich will nicht mein ganzes Fleisch mit! Ja juck nicht! Komm wir finden schon noch genug Fleisch! Ne ich hab ja aber... Ich hab keinen Bock das so zu verschwenden! Hast du noch rote Pilze? Äh ja paar! Aber lass erstmal hier rausgehen jetzt! Digga ich kann gleich nicht mehr sprinten die Golappen! Jetzt... Muck bloß nicht auf hier! Ey Hansi was denkst du? Wow! Alter hör doch auf! Ey! Alter ich boxe mit der Hand und der... Ey da vorne! Da vorne ist die Wand! Ich wette... Ich glaub hier sind Keros und Concrafter ne? Denkste? Die haben nämlich ihre letzte Folge vor der Wand beendet! Ja gut es gibt die Wand überall ne? Die ist ja komplett rum und rum! Hey! Hör doch auf! Gib mal bitte die roten Pilze! Halbes Herz! Halt deine Schnauze! Ja ok war Witz! Gib die roten Pilze du Bastard! Komm doch jetzt erstmal mit! Das! Nacht! Nacht! Wo? Wir können ja wieder schlafen gehen oder? Lass mal ein paar Hunde gönnen! Komm her! Die helfen uns beim Kampf! Ja! Aber ab dann... Komm erstmal erstmal schlafen gehen! Wann kriegen die Hunde nen Halsmann weißt du das? Keine Ahnung! Ja der eine sitzt von mir oder? Ne der haut ab! Verpiss dich! Ey komm her Bruder! Komm jetzt! Dann... Ja weif... Klatsch mal hier ein paar Sachen rein! Komm hier erstmal erstmal schlafen gehen! Erstmal hinschlafen ne? Ok! Und diesmal... Bitte? Komm legt hin! Legt hin! Willst du dich da einfach hinlegen? Ja! Was wenn wir jetzt aufwachen von irgendwelchen Monstern? Ja dann klatschen wir die weg! Ich bin übelst geschwächt schon ne? Und ich regenerier nicht mehr! Ja ja... Guck's dir an! Guck's dir an! Gangster Rap Kings! Nehmen wir das mit! Chuck and Chuck! Alles klar! Super geil! Warte mal! Hat irgendjemand von uns jetzt nen Hund oder nicht? Ich weiß nicht immer wie das funktioniert! Du musst den... Ja genau mit Lava ja! Das wird es sein! Isst den! Scheiß! Komm! Knie dich hin! Ah! Ich geb dem lecker Fleisch! Geh da weg! Hey! Du liebst mich und gehst einfach weg! Was ist denn los mit dir Junge? Was ist denn los mit dir? Du Weife, es geht mir ganz wie dir! Ich find das auch nicht in Ordnung von denen! Komm zu mir! Ja komm zu mir! Mehr Liebe kann ich dem nicht geben! Wollen wir die klatschen oder nicht? Ja warte! Ich mach grad Liebe mit dem Hund! Oh! Ja! Oi! Ja! Oder? Ist das jetzt ne meiner? Wenn er ein Halsband anhat erst! Der hat aber keinen Sinn! Dann dauert das denn? Warte mal! Ähm! Ja wie viel? Wie lange dauert das denn bitte? Ich weiß es nicht alter! Ich google gerade wie man das macht wird! Machen wir auch was falsch! Oh man! Das dauert ja Jahre! Ähm! Ach! Yolo! Ja komm wir dürfen nicht hier so rum! Lass weiterlaufen ne! Warte warte! Wir müssen schauen wie wir die zähmen oder nicht! Egal wir schlagen uns dann eh gegenseitig und dann müssen wir die Dinger töten oder? Ja! Aber das müssen wir noch braten lassen! Was meinst du waren Conny und Kedos hier in der Nähe? Lass mal einfach hier ein bisschen gucken! An der Wand hinten! Oder Revi und Devitor wohnen ja auch irgendwie so ganz an der Wand! Aber super! Die Wand geht halt die ganze Zeit entlang! Die Wand ist so das größte was es überhaupt hier gibt in dem Projekt! Ja! Ist halt total scheiße! Ne! Hansi meint auch grad! Haha! Hansi der Bastard! Ne! Jetzt aber nix! Wir müssen uns Evive Keys farmen! Dass wir uns Pfeile machen können! Wir können uns neun Pfeile machen wenn wir Keys haben! Ja! Lass mal den ganzen Scheiß den wir nicht brauchen mal wegwerfen! Ich hab so viel Mist im Inventar den ich die ganze Zeit nicht wegwerfe! Ich werfe eigentlich immer alles mögliche direkt weg! Ok! Ey! Wo sind die Öfen? Ja hier wo ich bin! Ah da! Ich wollte grad sagen! Äh! So! Lass uns mal ein bisschen ausrüsten jetzt ne! Ja ich bin genug ausgerüstet! Echt? Auf jeden Fall! Schutz ein! Schutz ein! Schutz sicher! Wasser! Affinität eins! Schärfe! Weiß Klinge! Boah Jungs! Wir rasten aus wenn wir Gegner sehen ne! Ich schwöre es euch! So! 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 Wie viel Gold hast du noch? Äh! Gold hab ich noch acht Stück! Acht Stück! Ok! Soll ich mal Goldnuggets draus machen? Wieso denn das? Braucht man die nicht für goldene Äpfel? Ja du bist denn ein ganz schöner Nufkaner sein! Ein bisschen! Hör mal! Nein braucht man nicht! Das ging früher so! Ähm! Wir müssen ein paar Bäume fällen machen! Hä? Ich hab heute den Shader Bug! Lol! Bei mir verschwinden die Blätter wenn ich die abbaue! Aber ich sind eigentlich noch da und ich bleib so drin hängen! Leute! Wirds gerade was runtergefallen? Einen Apfel oder was? Ich glaub das war Schnee! Ja das war Schnee! Ja das war Schnee! Schwuuul! Er merkt schon die Folge jetzt ein bisschen kritischer Hase Jungs! Ja wir müssen uns unbedingt jetzt mal ähm... Hast du noch? Ich hab selbst noch Stein! Wir müssen mal ein paar Bäume fällen und so! Ja komm dann hol mal ein bisschen Holz! Also wir machen jetzt Ressourcen und ab nächster Folge wollen wir wirklich nur noch drauf klatschen! Also wir loggen uns nur noch ein wenn andere da sind und wollen töten! Ja richtig! Und so muss das meine Freunde! Weil das macht am meisten Bock Alter! Die ganzen anderen Leute greifen sich schon an und so und rüsten sich nicht weiter aus! Und wir haben uns glaube ich bisher mit am längsten ausgerüstet und dürften deshalb von daher jetzt auch ja so relativ nice Sachen haben! Wir rasten aus Alter wir klatschen einfach alle weg! Hast du noch so einen Faden? Einen Faden? Ja hier! Drei Stück! Geh mal bitte! Vorm Ofen liegen die! Ich habe hier Waldbrand gemacht! Entschuldigung! War ich extra? Ähm... So! Ich klatsche einen Hund jetzt ne ohne Witz! Der hat einen Halshund! Ne hat er nicht! Ähm... Gut! Warte ich hab's gleich hast du... Du hast den Enchantment Table ne? Äh ne du! Ich hab den nicht! Laber nicht! Ich schwör auf mein Leben ich hab den nicht! Wie jetzt? Wo soll der denn sein? Hey du hast den doch immer abgebaut! Ich konnte den gar nicht abbauen! Stimmt aber... Hä wo ist das Ding? Warum hast du den Wald angezündet? Ich hab den echt nicht mehr! Und Han Bock! Hansi hatte der den? Hatte der den oder hatte ich den? Hast du einen echt nicht? Guck mal nach bitte! Ich hab den nicht! Oh scheiße Alter! Ey Alter! Das gibt es nicht ne? Vielleicht hab ich den in der Hektik irgendwie verloren oder... Ach juck! Oder ich werd den abgebaut haben und mein Inventar war voll! Ach komm juck keinen Alter oder? Wir klatschen doch so alle! Was los! Ich hätte ganz gerne noch Power 2 auf mein Schwert gemacht! Aber wir haben schon auch gute Rüstung so! Ja! Also das werden wir auch so schaffen! Aber das ist schon ärgerlich finde ich! Ja schon! Aber ist jetzt egal! Was los! Ja gut dann würde ich sagen komm wir suchen uns mal ein hübsches Biom jetzt! Ja Hansi war da nämlich auch dafür! Hatte mir grad gesagt! Ok! Ja dann machen wir es oder? Ich hab genug Essen für alle und ja! Du hast den echt nicht! Ne ich hab den echt nicht! Komm wir laufen einfach! Komm mit! Ja egal! Wir bräuchten nur noch ein Dir! Dann können wir uns wieder so ein Ding machen! Komm mit! Komm mit! Komm mit mir! Ja bitte nehm ich das mit! Ja ich komme! So wir sind erst bei 8 Minuten! Und wir suchen uns jetzt ein Biom! Am besten bleiben wir dann! Wir suchen uns noch mal ne ganz kurze Bleibe für Dias oder? Wollen wir? Aber wir wollten auch nächste Folge schon klatschen! Ja gut hast auch recht! Ja wir gucken! Lass mal an der Wand laufen! Vielleicht finden wir irgendwann zufällig mal einen Eingang von irgendjemandem! Ja die werden die getarnt haben oder? Was meinst du? Ja aber äh... Geht schon klar! Dafür bräuchten wir jetzt so nen Spürhund! Und leider konnten wir uns keinen zähmen! Ne! Man kann nämlich Hunde extra darauf trainieren! Ne Hansi! Ne Hansi! Ja immer wenn wir mit dem reden jetzt hält das Maul! Ja jetzt reden wir! Ja ich rast da! Guck mal wenn ich auf klar auf den Jungen! Hansi der Buster! Ja jetzt rastest du aus! Da vorne sind Kürbisse! Hansi ist so voll drauf so ja tötet alle und so ne! Das riecht aggressiv der Junge! Ist so der Maul meinte auch äh vorhin hat der mir so Whatsapp geschrieben! Hast du gesagt äh kill einfach mal a wife den Buster! Hat der mir geschrieben! Labe hast du nicht! Ich schwöre! Alter ne ohne Witz! Hansi hast du es echt gemacht? Jetzt mal unter uns! Jetzt mal unter Freunden! Hier ist ein schöner Höhleneingang! Wollen wir reinschauen? Jetzt mal unter Freunden! Hast du es gemacht? Jetzt geht er auf einmal weg! Er hat Angst ne? Aber hier ist... Und wir reinschauen oder nicht? Ach komm wir sind YOLO Action liebe Leute! Aber dann brauchen wir erstmal dick ähm... Ach Gott wir haben die ganze Kohle liegen lassen wir Spasten! Juckt nicht! Komm! Hey willst du nicht mal ausleuchten? Leuchte doch selber aus! Nein komm mit komm mit! Hast du Kohle oder nicht? Ne! Na hier ist aber Kohle direkt! Oh man wir sind solche Noobs alter! Wir lassen aber den ganzen Scheiß liegen! Oder vor uns auch Kohle? Oh ist das ne Fackel? Ne das ist Lava ok! Das wäre auch zu schön jetzt! Wow! Was war? Oh ich hab grad Schaden von der Lava bekommen! Komm mit hier gehts wieder runter! Verbeschto! Ich mach nur kurz ein paar Fackeln! Ja komm ich lauf schon weiter! Ja hier gehts gut runter! Kommst du? Ich komme Digga! Warte kurz! Warte ganz kurz! Komm! Wir finden uns nie wieder! Ich lauf einfach mal weiter! Halt deine Schnauze! Bleib doch mal stehen! Jack! Verbeschto! Komm! Da ist die Wand! Da können wir nicht durch! Ok! Was ist hier vorne? Bestimmt Lava! Warte pass auf ja! Bau die zu! Kree kree oder? Wir bräuchten auch wirklich mal diese Dingers! Komm mir gehts ja auch noch weiter! Warte ich baue erstmal die Scheiße dazu! Nein! Max! Hast du Wasser? Ich hab Wasser! Ich hab Wasser! Ich hab Wasser! Oh! Sag mal bin ich behindert? Boah! Bisschen! Ne! Jetzt macht man das mit Stil aber jetzt! Oh mein Gott! Max! Bleib schimpft! Wir töten uns einfach selbst! Wir töten uns einfach selbst! Das ist easy! Das gibt es nicht! Alter! Gleich Fallweif I love und sind wir immer weg! Ich sag's dir! Lol! Hier ist ne Fackel! Waren wir das? Wahrscheinlich! Ich weiß gar nicht! Ja doch! Lass wieder hoch oder schwul! Ey! Ey! Beräug dich Junge! Kannibalismus! Wir müssen uns gegenseitig schritten! Kommen wir gehen da hoch! Oh Leute! Play du Spaß! Was ist los mit dir Junge? So wir haben alle alles! Oh das ist ein Skelett! Oh ich schwör der will aufs Maul! Hat er mir noch gesagt! Komm her! Was ist los? Was ist los? Motorfika! Gib dem Hohrensohn! Hab den grad voll geklatscht! Ich bagge ja so rum wie so ein Behinderter! Schlag mich mal raus! Hör doch auf wie zu boxen! Du bist behindert! Okay! Komm lass darüber abhauen! Ich hab keine Lust mehr! Haben wir die Fe... Ich bin voll dement schon! Wo lang gehst du denn? Hier! Komm mal zu mir hier! Jo Jo! Hier müssen wir hin! Komm her! Warum? Weil hier Kies ist und wir müssen uns Pfeile machen! Bau den mal ab wie ein Mongo! Bau doch selber ab du Mongo! Ich hab mir sogar ne Dings gemacht! Ja! Also wir müssen ähm... Warte wie viel Kies brauchen wir? Wir brauchen äh... 8 von diesen Gravel Dingern! Feuerstein! Halt deinen Schnauz selbst! Ey hier geht's einer voll tief runter! Wow hier geht's richtig... Hier ist ne richtig große Schlucht und da unten ist alles voller Lava! Ja du hast gleich nochmal... Wow! What the fuck! Ich wo... Warum hab ich grad Schaden verloren? Weil du von dem Creeper eingedriffen wurdest! Sicher? Ja! Der ist grad explodiert! Bist du taub oder so? Ich hab keinen Sound an! Äh äh! Wie dumm bist du! Mach den Sound an, Alter! Du wirst sterben! Ich bin richtig dumm! Ich schwöre! Hansi bin ich dumm! Gott sei Dank sagt der nein der Junge! Du bist krass Bruder! Der hat nicht nein gesagt! Hast du Facecam an? Ja! Deswegen! Ich hab grad Sound ausgemacht ne? Hansi! Ich mach bald mal Facecam wenn sie klappt! Ey komm lass uns mal da hinten hin! Aber pass jetzt auf! Ey warum machst du Facecam? Du bist doch doch hässlich! Ja war auch nicht extra! Ey da unten ist alles voller Lava ne? War auch nicht extra! Hast du gehört? Da unten ist alles voller Lava! Ja ich weiß wir müssen erstmal ausreichend Pfeile craften! Da unten ist alles voller Lava! Das ist gut oder schlecht! Das geht so! Ich mein wir waren beide schon mal in Lava so Nahtoderfahrungen und so! Alter! Es kommt einfach kein... Aber ich darf nicht weiter bauen! Du musst mir da helfen! Hansi jetzt hat er Schnauze! Ist eigentlich echt so! Der will auch unsere Mutter beleidigen! Lava! Du hast nicht seine Mutter beleidigt! Doch hat er echt! Hansi hast du seine Mutter beleidigt? Achso es langt ja schon längst was ich habe! Was hast du seine Mutter beleidigt? Mach da taugen Geräusche! Sag mal der soll dich entschuldigen! Hansi! Entschuldige dich! Denk ich den Fick drauf oder? Hast du es nicht gehört? Ne! Ich glaube der hat sich entschuldigt doch! Hansi tut es dir leid! Na der sagt nix! Ich hab gut feilt! Ich hab jetzt 54! So sollen wir darüber gehen? Ich hab Angst! Pass auf das ist direkt Lava ne! Da gehts direkt an der Seite runter Lava! Alles voll Lava! Lava alles voll Lava! Yo! Alter! Die unten finden wir locker! Die unten finden wir locker! Jetzt wollen wir mal runter jumpen! Jolo springen! Digga komm! Ich schwör du bist so auf Yolo Action im Moment angesagt! Komm mach einfach mit! Bist du hängen geblieben? Ja! Ich schaff das nicht! Junge wenn nicht alter! Super! Ich hab keine Blöcke mehr um mich da rüber zu bauen! Du bist doch ne Missgeburt! Spring doch einfach runter du Lappen! Aber wenn du störst bist du trotzdem behindert! Ach du baust du dich jetzt mit Eisenherz vor? Ja! Ich will nicht sterben! Oh man! Du Missgeburt alter! So jetzt komm ich auch! Learn to play Digga! Oh mein Gott! Was denn? Wo bist du? Alter Hansi der versucht so meine Arme runter zu klettern! Was ist da los mit dir Junge? Geh wieder hoch! Ich schwör der Junge ist behindert ne? Ich schwör es! Hier ist auch Gold! Warum sind hier keine Dias? Scheißhöhle alter! Unsere Höhle war viel besser! 3% oder so! Wo bist denn du? Ich bin direkt hinter dir du Blindfisch! Ich bin blind! Welche Höhe sind wir? Ähm guck! Warte ich hab ja ne Facecam ich guck! Äh 11! 11! 11! Ja dann lass Strip meinen! Wirklich? Ja! Alter wir sind bei 16 Minuten! What? Wo war's? Wie wo? Wir sind bei 16 Minuten und müssen wir enden! Achso ja dann lass tschüss sagen! Ok! Ja ich komm zu dir rein und dann sagen wir tschüss! Ok die Folge war nicht so wirklich gut! Aber YOLO meine Freunde YOLO! Also haut rein! Ok? Ok haut rein! Bis zum nächsten Video und tschüss! 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 Tschüss!